Digitale Medien sollten schon längst Bestandteil unseres Unterrichtes sein. Wir sind überzeugt, dass durch die Nutzung von Tablets Unterricht so gestaltet werden kann, dass er die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der Lebenswelt angemessen vorbereitet. Konkret sehen wir folgende Vorteile. Die Arbeit mit Tablets spricht verschiedene Lerntypen an. Die Inhalte können visuell, auditiv und haptisch vermittelt werden. Dadurch ist eine gezielte Differenzierung und individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler möglich. Mit Hilfe der iPads und den unterschiedlichen Apps können Hilfestellung und weiterführende Aufgaben direkt an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben werden. Helfen Sie uns, unseren Anspruch von modernem Unterricht zu verwirklichen. Unterstützen Sie unsere Aktion. Das Rats wird digital.